So, jetzt lach ich noch. Aufnahme läuft, ja. Aufnahme läuft. Um Gottes Willen, was ein guter Eichnack. Ja, ich bin stehen da noch. Auf links, auf links. Das andere links. Du siehst schon, wie hoch das jetzt ist, oder? Ja, jetzt sind wir aber erst 8 Meter hoch. Ach so, wie hoch geht es denn insgesamt? Ah, jetzt 20. Nee, doch. Komm jetzt. Ah, jetzt haben wir schon den Zeisenberg eingeholt. Bald. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Jetzt loslassen, wenn wir mit dem wieder nach hinten sind. Ja, ja, aber mal zurück. Au, ho, 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 ho. Du nimmst ja auch mal die Höhe auf, dass man sich auch so abschätzen kann, welche Todesgefahr ich mich jetzt. Ja, und jetzt links. Da, nach vorne schieben. So, jetzt sind wir 20 Meter hoch. Aber jetzt ist der Nachschluss, oder? Acht Meter. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ach. Jetzt sind wir oben. Jetzt sind wir ja über dem Rebsparkhotel. Eich, ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ihr Wertfinger weg vom Ding, jetzt kommt und Fußpedal runter. Ui, ui, ui. Ich weiß, dass ich Mann von Fach einen Flattersekte habe. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch, oder? Okay, dann stoppen wir die Aufnahme, oder? Ja, ja.